Deutschland im Herbst Vorstock Nach den lästigen Ausschreitungen vor der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Mickenburg-Vorpommern lieferten sich auch heute rund 1.000 meist jugendliche rechtsradikale Straßenschlachten mit der Polizei. Bei den zum Teil bürgerkriegsgänglichen Krawallen gingen die Rande lieber mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern gegen die Sicherheitskräfte vor. Mehr als 110 Beamte wurden zum Teil schwer verletzt. Die Rechtsradikalen, die aus dem ganzen Bundesgebiet anreisten, drangen in das Erdgeschoss des Asylanten-Wohnheims ein und steckten unter dem Beifall von rund 2.000 schaulustigen Wohnungen in Brand. Die Polizei nahm 60 Personen fest. Das Ausland reagierte in Erinnerung an das nationalsozialistische Deutschland auf die anhaltenden Unruhen im Stadtteil Lichtenhagen mit Sorge über zugehendem seinen Hass. Ich seh alle gegen andere, jeder gegen jeden, keine Achtung vor sich selbst, keine Achtung vor dem Leben. Ich seh blinden Hass, blinde Wut, Feige, Morde, Kinderblut. Ich seh braune Scheiße töten, ich seh dich. Deutschland im Herbst! 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 Ich höre weiße Geräusche, rassen reine Lieder. Ich höre hirnlose Parolen von Idioten und Verlierern. Ich seh die m 의�ien, die lügen eines Ehlers. Ich seh die lügen, du hast dich. Deutschland im Herbst! Deutschland zum Herbst Deutschland zum Herbst Deutschland zum Herbst Deutschland zum Herbst Untertitelung. BR 2018 Deutschlandscheidung. BR 2018 Deutschland im Herbst Dankeschön! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Bevor wir das nächste Lied spielen, darf ich euch unserem Keyboard vorstellen. Ein Applaus für Stefan Weide! Warum der Mann bei uns so lange Jahre Keyboard spielt, das hört ihr jetzt. Wir haben da hinten eine schöne B3 und ich darf euch jetzt mal schön die Ohren wegbrummen. Stefan, gib mal ein bisschen Signal! Oh, ja! Oh, ja! 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 Ja!